So, nächster Part. Eieiei So, wie krass das ist, also wie krass schnell das vorbeigeht. 15 Minuten. Naja, mit sowas geilem ja eh. Mit sowas geilem ja eh. Boah ist das geil, man. Bandit Action, das ist voll geil. Ich glaub das war nicht mal richtig Bandit Action, oder? Warum nicht? Natürlich. Was lustiger wäre, wenn wenn wir die irgendwie so trollen könnten. Boah, trollen ist geil. Ja, legt da gleich eine Waffe hin. Ey, sollen wir da mal, soll ich mal in die Gerichte kurz leerschießen? Die sind eh nur noch für den. Ja, nicht, dass du die aufhörst und abknallt. Warte, ich mach noch kurz, kurz leer. So, hast du gehört? Ne, ne? Ne, aber trotzdem, egal. Da ist direkt schon einer. Gekillt. Echt jetzt? Ja man! Haha! Was war da für ein Team? Was war da für ein Team? Haha! Was? Was? Hey, wie, hat er nicht gehört und ist einfach reingelaufen? Nice, Buck, nice! Ey, der hat, der hat schön Pistols dabei. Ne, Colt Anaconda? Alter! Haha! Das ist so geil! Sechs Ballet zieht, könnte ich mir direkt mal, Alter! Oh nein! Vielleicht ist er nicht ganz so gut! Jetzt noch nie die Waffe geil! Alter, was ist denn das Geiles? Und ich habe sogar einen Buck jetzt gehabt! Ich liebe den, äh, auch die Post, ne? Ich liebe die Parts, Alter! Ey, hallo, ich hatte, äh, das war ein Buck, äh, Moin, 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 Moin. Musst du kurz noch mal was töten? Buck? Ne, aber, ähm, das war ein Buck, ich hab, hab mit der, äh, Kruger voll durchgeballert, ne? Mhm. Dann habe ich Nachladen gedrückt, dann hatte ich, ähm, also ich hatte zehn ist maximal und ein Nachlade, also eine Munition-Ding hatte ich, ne? Mhm. Ein Magazin, und dann habe ich, na, jetzt geschossen, nachgeladen, und dann hat er nachgeladen und das Zingen wurde auf den Boden geworfen, jetzt habe ich wieder zehn und eins zum Nachladen. Also er hat nachgeladen, obwohl er das auf den Boden geworfen hat. Ach so. Na, Anaconda, nice! Ich bin grad am See. Moment, ich muss den kurz umlaufen. Guck, wenn ich jetzt rausgekommen, wäre ich wahrscheinlich abgeknallt worden, weil der hatte ein paar Pistols dabei. Jetzt habe ich drei Kruger 22, ne leere Jericho. Ja, die Jericho droppe ich da jetzt hin, okay? Ja, jetzt doch nicht. Auf dem vollen Server, oder nicht? Äh? Was willst du denn hier mit zehn Leuten? Wir sind zwei davon, also acht. Stimmt. Nice. Ich habe auch mal, ich wollte den jedenfalls. Kurz, Zombie-Liege killt hier. Oh, geil! Ich so peng, peng, peng. Ich habe den sogar in Third Person abgeknallt, ne? Oder beziehungsweise, ja, ja. Mit Fadenkreuz. mega 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 das ist so dämlich gemacht so ein bisschen schneller als du also sozusagen wenn du keine Ausdauer mehr hast bist du voll am Arsch du musst einfach nur irgendwelche Sachen holen wie Zäune wo du die ganze Zeit drüber springen kannst oder ja ja schon klar aber ich meine wenn du zum Beispiel auf einer Straße eine gerade Strecke läufst und Zombie verfolgt dich ah das ist totale scheiße das ist auch scheiße an wo ihr seid dass du nicht die Faust ich wäre dafür dass du die Faust nehmen kannst selbst wenn es äh sag mal 15 Schläge sind was dass man was benutzen kann selbst wenn es quasi also wenn man Faust immer dabei hat selbst wenn es 15 Schläge sind dass du dich wenigstens irgendwie wehren kannst noch ja aber ich glaube mir auch nicht in also wenn jetzt so richtig leben ich habe mich das in Zomi mit Feusten umbringen würde ist ja kann ja wenn der sich für heute was zu voll dann haust du schon voll in die Fresse ich schätze der Kopf am Boden so ein Ausdauer ist ja wieder voll ja aber was ich du könntest dich trotzdem mit Feusten während also du könntest du mir alles zu hauen und wenn er dich wenn er dich angreift das ist so mit Klaus in mir in die Fresse wenn du nichts anderes hast das ist ja der Scheiß bei dem Spiel hier wenn du manchmal underway bist das ist aber bei Wurzeln auch bei der Seite ja auch was bekommt man da ja auch nicht gut also 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 um um amort bei Wurzeln zu sehen auch hier genau irgendwas mit der Seite habe es aber vergessen deswegen was bekommt man da oder so ein Scheiß die Jahre heutzutage man die wir haben mal drüber diskussiert wird hier ist weiß er noch mit Prozent die im Jahr abtuch ja mit mit er denkt man um ich habe auch so überhaupt nichts Prozent hin zu uns ich bin ja okay auf jeden Fall als wir alles an der Sette gezockt haben und Prozent dann hat er hat der zum sicherheit zu schluss beschwerten weil man sich wenn man irgendeine bestimmte Sache nicht benutzen konnte das war keine Ahnung nicht freust du sagst Klopfen Messer und das war ja war das nicht irgendwie Taschenlampe warum her gab es da Taschenlampe als als Waffe ja ne als Waffe nicht ne eben nicht aber zum Leuchten und der Zimmer hat sich ja immer darüber aufgeregt ja Taschenlampe ist ja gut zum Schlagen aber Taschenlampe ist ja so 10 Schläge oder ne ja so 7 oder so aber feuchster wäre gut aber bei DZ bringt sowieso nicht mit einer Taschenlampe die anzugreifen ja gut aber ja ja DZ die Zombies sind auch viel dümmer das ist viel geiler was darf ich ein paar Zombies mitnehmen wenn wir ja gleich eh umloggen ja ja freilich freilich aber ich tue ja direkt gesprintet und 5 Zombies am Marsch ja und Hauptsache du schaffst es hier rein ne oh gute Frage wo bist du komm rein du ja ich hab nur schlebende Schieß auf ey ich sag mir ah da nein da kann man gar nicht hin sag mir jetzt sag mal du kommst und machst Peng Bubble Boom und dann bist du ganz wieder umloggen ey Gott nein ne sag mal ja ich sag dir schon Bescheid hab nicht hier ok wenn du es ja springst um die Ecke dann krieg ich dich trotzdem alter so aus Versehen und so ich bin jetzt am Restaurant Restaurant so hier nebenan so alte Zombies komm hier rein pass bloß auf ich hab auch welche hier drin ne mhm ja schlecht ich hab keinen Bock dann springt jetzt mal hier rein alter ja ich lauf jetzt rein ich lauf exakt jetzt so pass auf die Zombies kommen alle auf dich zu glaube ich so die hohe Leben ich bin drin ich bin drin ich bin drin so jetzt geht man da weg das ist ein bisschen was hast du noch die Jörg oder so leben naja sie haben nichts gezogen Scherl ausloggen also kann ich vielleicht kurze Waffe haben mja also gehen mal so dass man so ich würde aufpassen weil er sind locker so sechs zum Zombies hinter der Wand oder so also die hat schon mal zehn die hat keine Ahnung und die hat auch ach soll ich ach du dual barrels brauchst du noch genau jo die Kruger brauche ich nicht dual barrels also ach die hat nur zwei Schuss das war's naja scheiße egal wenn wir gleich Leute haben wo auch da kommt ein Zombie rein ich dachte da läuft ein Spurkopf pass auf der war ich weiß nicht wie aber der stand genau da vorne drin der stand nicht hier vor der stand da drin ne weil er in dem oberen Fach guckt ja der Kopf raus ne in dem Ding hier mhm aha oh lol wir sollen uns mal schnell aussagen aber irgendwo ganz in der Ecke bleib du mal kurz hier lass mich erst aussagen ach warte mal kurz ja dann lock dich schnell aussagen ich lock mich hier aus ach alter da läuft noch unter mir rein alter mhm ist ja egal uuuaua 5 4 3 3 2 1 tot ta 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 ich hab leider gefailt mit der Shotgun warum warum da waren zwei Schuss noch drin und einmal nachladen ne Und ich dachte Dann ist das Mac Die ist fast leer Ich schieße zweimal Nach Süder 2 Da war der Bug nicht Dass das Ding dann auf dem Boden liegt Das Gerät hat nur 2 Und ein Mac hat auch nur 2 Schuss Ja Alter Ich soll mir hier 008 Also 100 People, 008 Sind 44 Leute drauf Wenn es sehen muss Gehen Gehen Ich habe schon drauf gedrückt Ich habe ihn drauf gedrückt So Jetzt noch ein paar Minuten Bandit Like a Bandit Ja kommt drauf an wieviel Minuten 4 Minuten Aber wir können machen 5 Minuten Oder 6 Minuten Ist da kein Problem Ok Luizzi Ok Danke Dankeschön Dankeschön Kein Problem habe ich immer mehr selective Blüten und Bieter Leidtis Bieter Pieter die mit Bieter wo ich werde mir jetzt braucht dort das ist das auch für die Fette vorfrieden werden so schockt die Apo Kiel Moulti Kiel die Treppe Jura die sind zwei spieler aber du bist nicht verarschen nein mann also wurdst du gekillt einer einen habe ich weg nein einer ist weg alter jetzt lad bist du das was nein das bin ich natürlich ja das bringt nichts ich habe auch den volllauf auf den dreien trifft da kommt gleich noch einer hatte heck auch ich sag's dir da ist noch einer ich will mir schnell die schutzweste weiß du hast auch eine und was ist das für ein rucksack dort ziehen den helm auf die reine ach so ich glaube ich habe einer ist weggelaufen er braucht einen schuss warum müssen das ding schon leer ja ich habe auch nur noch sechs schluss mit der kruger eine habe ich jetzt verballert und mit der wahl habe ich noch eins alter was du hast nicht zufällig meck oder so dass ich muss noch kurz meine kugel kurz entbacken oder so oder es ist ja ich alter ich brauche eine hauptwaffe hier gibt es keine aber die haben die alle keine hier latsch weg ich wurde gekillt ich habe oh nein hacker jemand hat sich umgelockt nein ghosting oh man sind wir blöd ja die eine ist weggelaufen ist nicht wieder gekommen und wir merken nicht dass es ghosting ist okay das war blöd wie scheiße weißt du da liegen zwei mtv forests in der luft und alles ist voller waffen alter ist so da ist der typ alter der vergnügt sich an unseren sachen ich warte noch kurz die paar Sekunden ja bis das soll disconnect scheiße ist so ein exer ne scheiße oh man aber ich dachte mir schon dass ich die vorfreude denn es lange hält ist es echt so ne oh man oh der loot uns grad voll mann alter hat alles da auch mal weiter der hat in den vorten fette rüffel okay bin bin aus aus dem ruf oder so auch und schädelte und freundlich bei den zählern bekommst gleichzeitig erschossen weil bei mir war so leck so und tot du bist auch tot nun ja auch so leckene ja auch mal zu sich haben kann jetzt mal wieder kann ich doch direkt ein part beenden jetzt oder ja gut ist eh vorbei ist eh vorbei ähm ja ghosting nicht zu bemerken ist blöd oder ja ist scheiße okay das war echt aber der hat der hat sich schnell umgelockt ne oder kommt mir das nur so vor ich weiß nicht überhaupt es muss nicht unbedingt sein dass er sich umgelockt hat sondern das um oder war das ist ein anderer eben das kann auch ein anderer gewesen sein aber trotzdem ist das ja quasi das gleiche wie ghosting einfach wenn einer hinter dir erstellen was wenn einer auf einmal hinter dir erscheint dann ist es ja das gleiche wie ghosting quasi also liebe leute achtet immer auf eurem rücken falls ihr so kennt wie wir und so naja gut egal tschüss lieben